Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landplus Design. Heute in diesem Video möchte ich euch mal wieder ein Gartenupdate bringen, aber wieder ein spezielles Gartenupdate, das wird ein Update von der Farm, also ein Teil von der Farm, seht ihr ja, ich bin gerade auf der Farm, ein Update von dort geben und dann noch ein paar Szenen und ein kurzes Update von zu Hause natürlich. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wie immer mein Video fleißig kommentiert, liked. Für die neuen Zuschauer freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ja, vergesst dann zusätzlich nicht die Glocke zu aktivieren, denn so verpasst ihr dann auch kein Video von mir. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. In dem Video, wie bereits angesprochen, werdet ihr einfach ein paar Sachen von der Farm sehen. Da ist doch einiges auch, wo jetzt wächst, früchte technisch auch zu sehen, blumentechnisch ist ein bisschen was zu sehen auf der Farm. Und dann wollte ich euch natürlich auch noch zusätzlich zeigen, wie sich hier der Pegelstand von den Seen angehoben hat. Und das ist doch ordentlich jetzt die letzten paar Tage gewesen und ja, das wollte ich euch von der Farm doch auch nicht vorenthalten. Und ich werde, wenn ich hier denn jetzt fertig bin auf der Farm, ich habe heute hier Unkraut geschnitten, dann fahre ich nach Hause und dann zeige ich euch dort, was sich bei mir zu Hause im Garten noch so getan hat, was es dort so an Früchte noch gibt und ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen, was da kommt. Es gibt ein paar neue Früchte zu sehen. Ja, schaut einfach das Video an und ja, ich hoffe, ihr genießt es. In dem Fall viel Spaß jetzt. Ich weiß, es gibt immer wieder Interesse, wie schnell sich hier die Seen füllen oder wie schnell sich das füllt. Und ja, bei der Gelegenheit, wenn ich jetzt schon hier draußen bin, habe ich gedacht, zeige ich euch mal wieder die Seen, zeige euch, was so wächst. Und aktuell eben die zwei kleinen Teiche vorm Haus, die sind jetzt schon ordentlich gefüllt. Ich kann es euch mal zeigen, also der eine hier, der ist jetzt schon so gut wie voll. Zeige es euch mal. Da seht ihr jetzt der See oder der kleine Teich, relativ voll ist. Wenn ihr seht, hier ist das Überlaufrohr, wo es dann aufs Feld drüber läuft. Und der Wasserpegel ist schon fast am Rohr. Also der kleine Teich hier, der ist schon, ja, wie tief sind die? Anderthalb Meter, zwei Meter tief, nicht so tief. Das ist der kleine Teich. Und sonst, was hier so wächst, ich habe mir gerade wieder zwei Ananas geholt, die ich mir sicherlich heute Abend noch schmecken lassen werde. Und ja, das ist schon mal das Erste, was ich hier aktuell entdeckt habe. Laufen wir noch weiter. Ich finde sicherlich noch ein paar andere Früchte, die es hier gibt. Jetzt habe ich die nächste Frucht entdeckt. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich dachte eigentlich, es ist so gut durch mit den Mangos. Aber es gibt diverse Mangosorten, die bei genügend Wasser auch ganzjährige Früchte tragen. Und ja, der Baum hier scheint einer davon zu sein. Auf jeden Fall hängt eine kleine Mango dran. Die zeige ich euch jetzt mal. Da seht ihr die kleine Mango. Und den Mangobaum hier. Ich bin gespannt, ob der Baum die Mango hält. Lasse ich mich einfach überraschen. Aber Mangos gibt es auf jeden Fall auch noch. Jetzt habe ich schon die nächste Früchte entdeckt. Leider kann ich euch nicht sagen, wie die heißen. Also ich sage es einfach mal auf Thai. Wenn es nicht so ist, meine Schwägerin weiß ich, die schaut meine Videos immer. Dann bitte berichtigen oder mir mitteilen, wie es heißt. Für die anderen Zuschauer natürlich. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine es, die Früchte heißen Maggem oder Gen, wie auch immer. Ich weiß, die schmecken relativ Pflaumenartig. Und ja, also letztes Jahr waren die Früchte sehr süß. Eben wie eine Pflaume eigentlich. Wir haben einen Baum, der relativ große Früchte bekommt. Denn noch einen Baum, wo die Früchte ein bisschen kleiner bleiben. Ich würde sagen, zeige euch einfach mal die Früchte und den Baum. Denn ja, wenn ihr es wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Es sind jetzt diese Früchte dort. Eben dieser Baum. Ja, da werde ich noch ein bisschen warten müssen. Eben, ich weiß, die werden so bis fast zu lila farbig. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass der Baum auch wieder recht gut gefüllt ist mit den Früchten. Dann ist jetzt zur Zeit natürlich Bambuszeit. Wenn der Regen kommt, wenn es regelmäßig regnet, wächst der Bambus natürlich wieder ordentlich. Den Bambus, den isst man hier. Da macht man entweder Suppen draus oder man kann den auch sauer. Quasi, das wird eingelegt. Das ist dann halt quasi wie, ja, wird, soweit ich das weiß, gekocht, gewaschen und dann eben sauer eingelegt. Das schmeckt auch sehr gut. Und natürlich eben die Suppen, die es hier gibt mit Bambus. Das schmeckt auch sehr fein. Ja, und somit kann ich jetzt hier auch wieder regelmäßig Bambus ernten. Geerntet werden da oft. Manche haben eben gern diese dünneren Bambus, die noch nicht so dick sind. Die anderen Bambus, die ein bisschen dicker sind, die verwendet man, soweit ich das weiß, für die Suppen. Oder eben den kleinen, soweit ich weiß. Die kleinen Bambus verwendet man für die Suppen. Und aus den etwas dickeren Bambus, da macht man dann eben, das wird dann eben sauer eingelegt. Ich zeige euch gerade mal den Bambus, den ich mir nachher, oder vielleicht bis in ein, zwei, drei Tagen ernten werde. Da seht ihr den Bambus, also den lasse ich, denke ich, noch ein bisschen wachsen und dann werde ich den ernten. Hier habe ich schon einen mitgenommen. Ja, den werde ich nachher der Frau vom Neffen bringen und dann kann die da was Leckeres draus zaubern. Es gab auch, in meinem letzten Video war das, gab es einen Zuschauerkommentar, warum ich mir das Ganze hier antue, warum ich nicht einfach Leute engagiere oder einen Gärtner engagiere, der bei mir zu Hause alles immer schön auf Vordermann bringt oder pflegt. Und ja, dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar, zum einen bin ich meiner Meinung nach noch nicht in einem Alter, wo ich mich gern ausruhe, beziehungsweise ich sitze auch nicht wirklich gern oder, sag mal, relax die ganze Zeit, sondern ich bin 48 Jahre alt, werde jetzt dieses Jahr 49 Jahre alt. Wenn ich noch in Deutschland oder in der Schweiz wäre, würde ich dort auch noch arbeiten. Und somit fühle ich mich einfach noch nicht so, dass ich nicht mehr arbeiten müsste. Ich arbeite auch gern natürlich im Garten. Ich denke, das sieht man auch und möchte mir das ehrlich gesagt auch nicht nehmen lassen, weil ich da wirklich Freude dran habe, noch selbst was tun zu können. Und somit muss ich mir da nicht unbedingt Leute engagieren. Es ist jetzt nicht, weil mich das reuen würde oder weil ich da geizig bin, sondern ihr seht ja, bei manchen Arbeiten hole ich mir Hilfe. Und wenn ich manchmal einfach Dinge habe, wo ich sehe, komme ich alleine nicht vorwärts oder ich brauche da Hilfe, um da einfach wieder Herr der Lage zu werden, dann gibt es da sicherlich Möglichkeiten mit Leuten, die ich engagieren kann. Aber sofern ich da noch irgendwas alleine machen kann, genieße ich das. Und ja, wie gesagt, habe da auch Freude dran, macht mir Spaß. Also warum sollte ich da irgendjemand meinen Garten pflegen lassen? Ja, so kann ich das Ganze selbst auch noch viel mehr genießen. Ich denke, man muss das Leben auch so lange genießen, solange man es noch kann. Ich kann es noch. Und ja, also das ist einfach so als Antwort auf den einen Kommentar, den es da gab. Und ja, ich werde weiterhin trotzdem im Garten arbeiten. Und ja, trotzdem vielen Dank für den Kommentar. Ich denke, die Zeit kommt dann irgendwann, wo ich denn wirklich nur noch relaxe und mir das Ganze hier anschaue und genieße und andere arbeiten lasse. Dann zeige ich euch noch den großen See, wie sich dort der Pegelstand mittlerweile gehoben hat. Und das ist auch ordentlich. Er wird jetzt bald wieder über die erste oder die oberste Stufe steigen. Das wird sicherlich noch einiges mehr geben. Und ja, also der See fühlt sich definitiv auch wieder gut. Da seht ihr jetzt, also letztes Jahr stand das Wasser sogar bis hier oben hin. Überspült mir immer die hier unten gepflanzten Bäume. Jetzt habt ihr einen schönen Fisch springen hören. Eben dort seht ihr auch, also der Wasserpegel ist auch schön angestiegen. Ja, es hat die letzten Tage immer mal wieder ganz kräftig geregnet. Also über Stunden lang ging das. Nicht stark, aber doch einfach kontinuierlich über eine längere Zeit. Und dementsprechend füllen sich natürlich auch die Seen wieder. Jetzt stehe ich hier an den kleinen Fischteichen, die ich damals hatte. Die hatten wir ja leer gemacht, also abgefischt. Und bei dem Abfischen sind natürlich die ganzen Wasserpflanzen ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Meine Frau war darüber sehr traurig. Sie hatte da Bedenken, dass da keine Wasserpflanzen oder halt Seerosen mehr drin sind. Und diese Bua, aber ich kann ihr sagen, es sind noch welche da. Und die Seen oder die kleinen Teiche haben sich natürlich auch jetzt gut gefüllt. Und ich bin froh, dass die Bua, die Seerosen da jetzt auch wieder anfangen zu wachsen. Und ja, zeige euch die zwei kleinen Teiche auch mal noch kurz. Da seht ihr jetzt also auch der hintere Teich. Der hat sich schon gefüllt, das ist quasi so ein Mittelsteg. Der ist jetzt auch schon bald wieder unter Wasser. Also auch hier hat sich das ordentlich angehoben. Und hier sieht man schön, dass die Seerosen doch wieder kommen. So ist der Wasserstand hier. Und ja, diese Bua, die können recht lang eigentlich auch ohne Wasser auskommen. Sie ziehen dann trotzdem über die Wurzeln irgendwo das Wasser trotzdem noch her. Und ja, der See war auch eine längere Zeit ausgetrocknet. Aber ihr seht, sie wachsen doch noch, diese Seerosen, Bua. Und ja, ich denke, meine Frau hat da Freude dran. Ich, dadurch, dass jetzt hier keine Fischnetze mehr drin sind, kann sich das jetzt natürlich auch schön verteilen. Und ja, ich denke, dass das da auch jetzt ordentlich hier anfängt, denn bald zu wachsen. Dann wollte ich euch auch noch ein kleines Update geben von meinen Bäumen, die ich ja hier gepflanzt hatte, die fünf. Den einen Donva und die vier Donnyonam, also diese Firetrees, die die roten Blüten nachher bekommen, die entwickeln sich auch nach wie vor. Wirklich toll, bin ich zufrieden. Was ich gesehen habe natürlich, ist, ich muss die Gräben um die Bäume herum wieder neu anlegen. Weil das Wasser, wenn ich da jetzt bewässere, dann verschwindet oder haut mir das Wasser relativ schnell ab. Also der Graben, den muss ich nochmal nacharbeiten. Werd' dann jetzt auch, wenn die Regenzeit natürlich jetzt wieder schön kommt, werde ich da außenrum denn ein bisschen düngen. Und dann hoffe ich mir, dass die Bäume dann halt noch ein bisschen schneller wachsen. Aber bis jetzt, wie gesagt, bin ich zufrieden. Wird bestimmt schön, wenn die größer sind. Und ja, zeige euch die Bäume auch mal noch kurz. Dort seht ihr den ersten Donnyonam, diesen Firetree. Hier den zweiten. Den dritten. Hier dann der vierte. Und hier der Donnwarr. Also die Bäume entwickeln sich eben auch nach wie vor wirklich zufriedenstellend. Kann ich glücklich drüber sein. Und ja, auch meine Frau, ich habe ihr da auch schon ein kleines Update geschickt. Die hat sich auch darüber gefreut. Also ja, bin jetzt nur gespannt, wie es denn nachher aussieht, wenn die denn mal die ersten Blüten bekommen. Ja, meine Kokosnusspalmen, die haben jetzt auch allesamt eigentlich einen ordentlichen Schub gemacht. Die sind jetzt eigentlich bald schon wieder so weit, dass ich die unteren Blätter eigentlich abschneiden sollte. Und mal schauen, wenn ich jetzt dazu komme, gedüngt habe ich jetzt aktuell noch nicht, weil ich da wirklich jetzt noch auf den dauerhaften Regen mal warte. Die, ich habe auf jeden Fall den Hühner Mist, der ist parat, der ist lange genug abgestanden. Und ja, sobald es denn jetzt mal hier kontinuierlich erregnet, werde ich dann auf jeden Fall den Dünger dann austragen. Ich zeige euch die Kokosnusspalmen einfach auch mal noch kurz. Seht ihr jetzt die Kokosnusspalmen? Genau, also über das Wachstum von den Kokosnusspalmen, da kann ich auch nichts sagen. Die haben jetzt durch den Regen, der hin und wieder mal kam, eben ordentlich auch wieder zugelegt. Was ich mittlerweile auch festgestellt habe, ich hatte euch ja mal erzählt, dass immer mal wieder Raben in meinen Hühnerstall gekommen sind und mir diverse Eier dort geklaut haben. Das Thema hat sich jetzt aber erledigt gehabt, dadurch, dass ich den Hühnerstall besser verschlossen habe. Also bis, ich habe teilweise ein paar Lücken entdeckt gehabt im oberen Bereich, die hat sich dann nachgebessert. Da kommen jetzt keine Raben mehr rein, das ist soweit erledigt. Ich habe auch soweit keine Schlangen irgendwie gesehen, dass die da Eier klauen. Ist eigentlich auch unmöglich mit den Zaun, den ich drumherum habe. Habe jetzt aber die Ursache rausbekommen, warum das so ist, dass ich weniger Eier habe. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade gestern nur sieben Eier bei 59 Hühnern. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Aber die Ursache ist einfach, dass meine Hühner jetzt gerade aktuell in der Mauser sind. Das heißt, sie kriegen ein neues Federkleid und dementsprechend in der Mauser legen die weniger Eier. Vielleicht mal alle zwei Tage ein Ei oder ja. Ich hoffe, dass die Mauser relativ schnell wieder vorüber ist. Ich weiß, dass es letztes Jahr circa einen Monat ging, bis die, sage ich mal, Legeleistung dann wieder anstieg. Ich hoffe, dass das jetzt dieses Jahr auch sich gleich verhält und nur ein Monat ist. Auf jeden Fall, der Stall ist voll mit Federn. Also dementsprechend werden meine Hühner einfach jetzt in der Mauser sein. Ist wahrscheinlich ein bisschen anders wie in Deutschland oder in der Schweiz. Hier eben ist es jetzt meistens, also es war letztes Jahr genau gleich, war auch zu dieser Zeit, wo meine Hühner die Mauser gehabt haben. Jetzt wieder zu Hause angekommen, würde ich sagen, zeige ich euch noch, was sich zu Hause so getan hat bei mir, was es da an Früchte gibt. Ihr wollt sicherlich auch sehen, wie sich die Geomangorn, also die Drachenfrucht, wie sich die entwickelt. Die wachsen fleißig. Dann zeige ich euch noch, was es sonst noch Erfreuliches hier bei mir im Garten zu Hause gibt. Und ja, jetzt auf meinem kleinen Rundgang hier zu Hause, den ich gerade gemacht habe, habe ich ein Tierchen entdeckt, wo ich gerade auch schon tagtäglich immer am Absammeln bin. Was ihr für Probleme in Deutschland habt mit Schnecken oder in der Schweiz. Das habe ich hier mit Raupen, die mir meine ganzen Blätter von den schönen Blumen, die ihr sonst immer gesehen habt, abfressen. Ja, ich zeige euch das Tier hier mal, bevor ich es entsorge. Da sammle ich gerade mal regelmäßig ordentlich davon ab. Da ist sie genau, zeige ich euch mal. Das ist diese Raupe hier. Da ist sie genau, ja. Und da sammle ich gerade, wie gesagt, tagtäglich die Tierchen hier von den Blumen ab, weil die mir immer wieder, ihr seht es ja, die haben alle fast keine Blätter. Ja, da muss ich gerade tagtäglich von den Raupen entfernen. Mit den Raupen ist auch ein bisschen Vorsicht geboten, weil wenn man die anfasst oder wenn die irgendwo einem kleben auf der Haut, das gibt ein paar Tage Freude. Das kratzt wirklich extrem und juckt auch extrem dann. Also ja, ist nicht zu empfehlen, die mit den Händen zu entfernen. Ich nehme da immer eine kleine Schaufel dazu und dann wird sie entsorgt. Das mache ich jetzt kurz, bevor es weitergeht. Was ich jetzt die letzten ein, zwei Tage beobachtet habe, ist, dass meine eine Papaya, die eigentlich immer so schön gewachsen ist, dass die jetzt nun endlich, so wie es aussieht, Früchte bekommt. Ich hoffe, ich kriege es auf der Kamera rauf. Ja, ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Ansatz da seht. Das wird eine Papaya geben. Und er kriegt jetzt an mehreren Stellen. Das ist eben der Papaya-Baum. Von daher hoffe ich, dass ich da jetzt auch bald Papaya ernten kann. Dann ist das zumindest schon mal der erste Baum, der den Papaya mir liefert, dass ich mir auch selber mal ein schönes Somme-Damm machen kann. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Ansonsten natürlich eben diese Geomangorn, also die Drachenfrucht, die entwickeln sich auch schön. Die Früchte, ist jetzt aktuell nichts mehr dazugekommen. Witzigerweise hat meine Schwägerin drüben, sie hat auch riesige Ranken mit den Drachenfrüchten. Sie hat mich dann gestern oder vorgestern mal alles gebeten, da mal zu schauen, wie viele Früchte sie hat. Letztes Jahr hatte sie unendlich viele Früchte dort. Witzigerweise dieses Jahr habe ich nur zwei Früchte entdeckt bei ihr. Da ist es bei mir, beziehungsweise sind ja auch ihre Pflanzen, aber die greife ich natürlich hier ab bei mir. Die haben hier jetzt ordentlich dieses Jahr Früchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch die Drachenfrucht jetzt mal, wie schön die hier wächst. Das ist eben das eine Ranggerüst bei uns. Und da seht ihr jetzt schon ein etwas größeres Exemplar. Wenn die dann nachher rot ist oder so rötlich wird, dann kann man sie im Prinzip abernten, wenn man sie ein bisschen eindrücken kann. Dann haben wir hier nochmal eine schöne, die ein bisschen größer geworden ist. Ja, also sie hat mehrere Früchte dran. Sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben insgesamt. Und da freue ich mich jetzt eben schon riesig drauf, wenn die denn reif sind, weil die habe ich wirklich gern, gerade zum Frühstück. Sind nicht zu süß. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten, was sich natürlich auch weiterhin hier schön entwickelt, ist meine Limetten. Da habe ich auch zahlreich noch am Baum. Da kann ich mir nicht beklagen. Der Baum ist wirklich, also so voll war der, glaube ich, letztes Jahr nicht mal. Ich zeige euch den Limettenbaum jetzt gerade mal noch. Das ist der Limettenbaum. Und der hat wirklich so unzählige Limetten dran. Wenn man das hier sieht. Da werde ich mir sicherlich heute Abend noch ein paar Limetten wieder abnehmen. Weil ich jetzt im Kühlschrank keine mehr habe, werde ich mir ein paar große Limetten abnehmen. Und dann wie immer ein schönes Wasser mit Limettensaft ausgedrückt in den Kühlschrank stellen. Und werde es dann immer mal wieder genießen. Ansonsten, Früchte, hatte ich euch ja auch mal erzählt gehabt, von dem Rambutan, dass mein Baum da zuletzt einige abgestoßen hat. An dem einen Baum hier habe ich jetzt noch eine Frucht hängen. Ich hoffe, dass ich die durchbringe. Auch da hat mich meine Schwägerin gebeten, ich soll mal bei ihr schauen. Sie hat auch mehrere Rambutanbäume, also Ngo. Und ja, bei ihr auch, witzigerweise, sind die Bäume leer. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt noch eine Frucht dran hängen. Die zeige ich euch mal kurz. Da seht ihr jetzt die eine Frucht noch hängen. Ich hoffe, dass ich die durchbekomme. Dass ich wenigstens von dem Baum ein Rambutan essen kann. Ja, meine Schwägerin hat da auch überlegt, woran das liegen kann. Ich erkläre mir das Ganze so. Wir hatten hier zum einen ja eben, wie gesagt, eine Zeit lang eine wahnsinnige Trockenheit, Hitze hier. Das wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein. Der andere Grund, meines Erachtens nach, sind hier die Bestäuber. Also die Schmetterlinge, Bienen und so weiter. Dieses Jahr sehr spät gekommen. Jetzt haben wir viele Schmetterlinge. Aber jetzt ist es natürlich für den Rambutan zu spät. Auch diese ganzen Lamyei-Bäume. Die haben hier, soweit ich im Dorf gesehen habe, keine Früchte. Also dieses Jahr ist wirklich eine schlechte Ernte, was Rambutan, Lamyei und so weiter angeht. Ja, ich denke oder hoffe, dass es da nächstes Jahr anders sein wird. Bin da auf jeden Fall gespannt. Aber ich hoffe jetzt, dass ich zumindest die eine Frucht durchbekomme. Dass ich wenigstens eine davon essen kann. Also zumindest aus dem eigenen Garten. Ja, jetzt bin ich vorne auf dem Grundstück. Vorne auf dem Grundstück, habt ihr ja gesehen, in meinem letzten Video. Bin ich so gut wie durch. Das ist der Bereich, den ich euch zeigen kann. Muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil ich gerade sehe, da kommt eine ordentliche Gewitterfront schon auf uns zu wieder. Wollt euch aber auf jeden Fall hier auch nochmal die Geomangorn, die Drachenfrucht zeigen, die ich ja hier vorne auf dem Grundstück auch von der Schwägerin abgreife. Zeige euch da auch mal noch kurz, wie die sich hier entwickeln. Das sind eben auch wieder die Geomangorn, die ich von der Schwägerin abgreife. Sind da auch wieder ein paar Früchte mehr geworden. Was ich witzig finde, sind die hier. Also hier, an dem Ranggerüst habe ich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, auch sieben Früchte. Ja, ansonsten eben vorne sieht es jetzt so aus. Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. Wie gesagt, da bin ich durch. Habt ihr ja gesehen mit der Hecke. Kokosnusspalmen sind auch okay. Und hier seht ihr eben, was wieder schön ist, auf uns zukommt. Da wird wieder ordentlich was runterkommen. Ja, dann die Kokosnusspalmen, die auch wieder neue Blätter rausschieben. Ja, das ist das, was sich hier so zu Hause getan hat. Ich denke, da kann ich auch zufrieden sein. Und ja, ich würde euch gern Drachenfrüchte schicken. Aber leider muss ich sie halt selber essen. Ja, ansonsten dürft ihr sie gern abholen kommen, wenn ihr das möchtet. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt das Video hier beenden. Weil eben, es kommt ein ordentliches Gewitter auf uns zu, wie ich das sehe. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen. Ich will die neue Heckenschere noch ausprobieren. Wollte die nochmal testen, ob die was taugt, was ich da gekauft habe. Ja, ich sage an der Stelle auf jeden Fall auch mal Danke an meine Frau, die mir die gesponsert hat. Sie hat gesagt, das kann nicht sein ohne Heckenschere. Sie wollte mir eigentlich eine aus der Schweiz mitbringen. Ich habe dann gesagt, bis du kommst im August. Da sind die Bäume hier zwei, drei Meter hoch. Besser, wir kaufen hier was. Das haben wir jetzt eben auch getan. Und die neue Heckenschere ist da. Ich will das jetzt mal noch ausprobieren. Und ja, deswegen sage ich an der Stelle eben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet dann den kleinen Gartenupdate. Gartenupdate hier zu Hause. Gartenupdate auf der Farm. Eine Freude. Euch hat es gefallen. Wird mich persönlich riesig freuen, wenn ihr daran Freude hättet. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder zum nächsten Video. Seid gespannt, was da kommt. Da habe ich mir was einfallen lassen. Beziehungsweise hat er das ja auch schon mal angedeutet gehabt. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich sage ganz viele Grüße an euch da draußen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns sicherlich zum nächsten Video. Ich sage Tschüss. Euer René aus Thailand. Bis zum nächsten Mal.